Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Batman Arkham Knight. Wir spielen die Story weiter. So, dann schauen wir, was Barbara für uns hat. Wir haben es geschafft, der Angriff trendet. Hashtag Stadt der Langsten, ladet all eure Bilder hoch. So, bei den letzten Nebenmissionen habe ich Deathstroke getroffen. Und bin eigentlich so gespannt, wann er auftaucht. Scarecrow sollte einfach aufgeben, Mann. Der besiegt dich ohnehin nicht, niemals. Ah, mei, das Ding ist aber echt schon überfüllt hier. Ja. Die Uhrenturm... Militärs... Pinguin-Crew. Sag mal, Barbara, wo steckst du denn? Warst du nicht hier drin? Nee, falscher Raum. Da hinten ist ja das Zeichen. Oh, ja. Klasse, du bist hier. Scarecrow's Haley ist raus aufs Meer und dann nach Norden. Ich wollte die Route genauer bestimmen, aber die Daten sind beschädigt. Sie haben eine Menge Schaden angerichtet. Jetzt, was war das? Oh, Gott. Tapfere Polizisten Gothams, ich habe eine Nachricht für euch. Ihr seid nicht sicher. Ihr seid ohne Schutz. Batman wird euch nicht retten. Das ist der Anfang vom Ende für dich, dunkler Ritter. Wir werden ja sehen. Der Batcomputer ist wieder online, Batman. Ich tue, was ich kann. Oh, halte den Angriff. Jetzt wollen sie das Polizeirevier stürmen. Okay. Was ist denn hier los? Da freuen sich schon alle. Also denken wir, sie kommen frei. Na, wo ist mein Batmobil? Alles abriegeln. Alles abriegeln. So. Ihr glaubt, ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Tja, ich habe auch Strom an meinen Reifen. Öffnen Sie die Rolltore. Ich versuch's, Batman. Der Strom ist weg. Das war's. Die werden das Gebäude auseinandernehmen. Batman, dem Bauplan zufolge ist ein Generator außerhalb des Gebäudes. Los! Natürlich. Außerhalb des Gebäudes. Diese Blödmänner in Blau haben dir vertraut, Batz. Sie haben an dich geglaubt und dir war ein Auge zugedrückt, wenn du das Gesetz in die eigene Faust genommen hast. Wohin? Ja, dahin. Das ist schon klar. Aber... Im Ernst? Verschwinden wir einfach und lassen sie alle sterben. Sonst muss ich später wiederkommen und sie alle abmurksen. Und das wäre ehrlich gesagt viel unangenehmer für alle. Deine Wahl, Batz. Ja, geht's denn hier lang? Jogger ist da? Ah, nach oben. Okay. Ach, du Schande. Das letzte Aufgebot. Das letzte Aufgebot. Wo ist der Generator? Oh, prima. Wo sollen wir jetzt an denen vorbeikommen? Ja, schießt nur auf mich. Ich komm gleich wieder raus. Was wollen die denn schon wieder? Und schon wieder die Stromhäuser dabei. Ich hasse die. Ich will uns nur gleich mit dem Knüppel. Ja, der nicht. Ja, mein Gott. So, und du lässt den Stromer liegen. Oh, jedes Mal. Nimm den Knüppel weg. Nimm den Knüppel weg. Nimm den Knüppel weg. Versuch doch, los! Mach den Fall netzig! Versuch doch mal, Fliedermaus! Ich kann den Notfallgenerator anwerfen und damit diese Türen öffnen. Oracle, der Notfallgenerator ist in Betrieb. Gut. Holen wir dich da mal raus. Wer gibt dich zum Wagen? Ich werde... Was? Unmöglich! Was ist los? Eine Schwachstelle im Netzwerk der Miliz. Idioten. Ich glaube, ich kann ihre Drohnen übernehmen. Gut. Bereite dich auf einen Kampf vor. Gut. Wo ist mein Schätzchen? Komm, 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 komm. Ja. Ja. Das ist das beste Batmobil der Welt. Das sind aber wirklich viele. Ziel erfasst. Ich beginne mit dem Hacken. Batman, der Panzer ist bereit für die Explosion. Schieß einfach drauf. Und tot. Übernahmeprotokoll wird ausgeführt. Batman, ich habe die Energiezellen des Panzers überladen. Bei Beschuss wird ein EMV ausgelöst. Ich hacke das Ziel. Okay, der Panzer gehört mir. Twin Render zerstört. Ich hacke die Drohne. Die Energiequelle ist überladen, Batman. Schieß drauf. Raunruhe zerstört. Wir halten sie auf Abstand, Batman. Unter Beschuss. Okay, nächster Hack initiiert. Dragon, worauf wir sind für sowas nicht ausgerüstet, Sir? Die Panzer explodieren. EMP-Schläge. Beginne mit dem Hacken. Boah, das sind aber echt viele. Oh. Scheiße. Drohne erledigt. Ich hacke das Ziel. Verflucht, die Ratser unter Kontrolle. Batman hat eine Drohne zerstört. Nicht. Ist gar nicht so schwer. Übernahmeprotokoll wird ausgeführt. Du kannst den Panzer jetzt rufladen. Drohne offline. Ich hacke die Drohne. EMP stoßt bereit. Schieß drauf. Ziel erfasst. Ich beginne mit dem Hacken. Ha! Ich hab den Panzer unter Kontrolle. Okay, nächster Hack initiiert. Batman hat die Ragnar zerstört. Komm, ich kriege die Ragnar. Ich kriege die Ragnar. Ich kriege die Ragnar. Komm, Barbara. Hack das Ding. Hä? Der Ragnar sagte, du hast keinen Mumm. Es ist nichts mehr da, Sir. Nichts. Ihr habt euren Teil getan. Nun tut Batman den Scheinen. Alle Drohnen zerstört. Geschafft. Nein, Moment. Scarecrow hat Infanterie auf dem Dach abgesetzt. Sie versuchen, die Sicherheitsverriegelung zu umgehen. Ich kann sie aufhalten, aber nicht lange. Batman, ich hab die Kontrolle über die Sicherheits- und Versorgungssysteme auf dem Dach. Ich kann die Schweine ausschalten. Du musst sie nur anlocken. Jo, mach mal, Barbara. Freut mich wieder, mit dir zusammenzuarbeiten. Na, Kletter hoch. Ah, fantastisch. Knüppel-Action! Dauer, ich hab gerade die Knüppel und es macht so viel Spaß. Jawoll! Der steht genau vor dir und du schießt nicht auf ihn. Batman, Batman, Batman. Batman, Batman! Du auch noch? Die sind mit ihren blöden Schildern und kein Knüppel mehr da. Mann! Tja, da springt er nur drüber mit B, äh, A. Da! Immer schön drüber! Also. Mein Gott. Hätten wir das endlich. Wir sind die Besten, mit uns kannst du nicht mithalten. Die Besten, der Besten, der Besten. Der hat kein Humor! Hau! 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 Und wie kannst du mit?! Eitt und hol sie dir! Ah, das. Nimm ihn dir. Ah, diese. Ah, das. Mach auf! Ah! Ah! Oh! Oh! Sorry. Du tust mir nicht weh. Ich dachte, du hast noch einen Kasten. Ich hab dich ungespitten mit dem Blumen. Du bist gut zu hören. Okay, du hast es? Danke, du hast es. Okay, du hast noch ein Afford. Die Besten der Besten der Besten. Oh Gott, was ist los? Ich glaube Scarecrow ist im Filmstudio. Dads Stimme wurde benutzt, um hinein zu gelangen. Besorgt die Überwachungsdaten. Habs versucht. Und ich kann Robin nicht erreichen. Er war doch da, oder? Keine Sorge, Oracle. Bin auf dem Weg. Okay, wir sind auf dem Weg. Aber erst in der nächsten Folge. Da werden wir dann Scarecrow stellen. Hoffe ich mal. Wie viel haben wir denn von der Story? 94%. Ja, könnte sein, dass das jetzt das Ende ist. Ich meine, okay. Fürs richtige Nightfallprotokoll alle Häkchen. Ich bin aber sehr gespannt aufs Ende jetzt. Gut. Wir machen in der nächsten Folge das Ende. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Servus und macht's gut.